Wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass man beide Kreuzdamen beim Doppelkopf auf die Hand bekommt? Wir nutzen dazu immer wieder den Binomialkoeffizient N über K und rechnen das Ganze wie folgt aus. Naja, zuerst sagen wir, man muss aus zwei vorhandenen Rehdamen auch genau zwei ziehen. Deswegen der erste Binomialkoeffizient 2 über 2. Das Ganze multiplizieren wir dann damit, dass wir danach anschließend aus den letzten vorhandenen 38 Karten, acht Karten bekommen. Irgendwelche, die jetzt nicht unbedingt Damen oder irgendwas sein müssen. Deswegen 38 über 8. Das zeigt uns, wie häufig oder die Anzahl an Möglichkeiten, dass man zwei Rehdamen oder zwei Kreuzdamen auf der Hand hat. Und das Ganze teilen wir durch die Anzahl der verschiedenen Hände, die man quasi generell bekommen kann. Also, dass man aus 40 Karten irgendwelche 10 beliebigen Karten bekommt. Und wenn man das Ganze in den Taschenrechner eintippt, dann kommt man darauf, dass man zu 5,77% beide Kreuzdamen beim Doppelkopf auf der Hand hat. Viel Spaß da!